Bitte nie, Mario! Oh, schaut mal, wie süß er da schläft! Du kannst direkt wieder aufwachen, wir müssen weiterjagen. Wir müssen nur noch 30 Sterne sammeln in diesem Let's Play. Danach hast du sie ja hinter dir. Und wir gehen jetzt runter zu Bowsers, in der eine Festung, da die 8 roten Münzen sammeln. Denn da gibt es auch viele, viele Leben, die ich mir alle stipzen werde. Alle, alle 100% so, damit ich erstmal wieder bei Kräften bin. Ich bin aber Masin-Nurfer-12 und wir sammeln eine Münze aus Trauer ein. Da müsste noch der Big Boo stehen. Hi! Ja, dich haben wir auch lange in Ruhe gelassen. Das war aber nicht extra, wir mussten leider Wanders unterwegs sein und... Ja, das versteht der schon, der ist ja schon tot. So. Wir gehen jetzt hier rein erstmal, wie gesagt, gerade und machen das stylisch mit einer Arschbombe. Die daneben geht. Okay, rückwärts. Oh, habt ihr das gesehen? Gut dann. Oh, geile Musik. Ich liebe diese Musik. Und das ist unser erstes Leben. Oh, guck mal. Die haben direkt alle drei abgezogen, die Vögel. Vogel. Komm hoch. So. Äh, ja. Oh, das ist noch ein Leben. Alter, jetzt... Jetzt wisst ihr, was ich meine. Da ist ein böse Bomb. Oh, also Big Bully, Big... Buuuuh. Bully. Gully, Bully. Ähm. Oh, ich hasse diesen... Diese rote Münze hier. Da müssen wir immer so über den Abgrund springen. Ich hasse Abgrundmünzen. Da ist sie. Und... Hab sie. Dann werden wir hier rumlaufen. Und dann sind wir weiter auf der Tour. Da ist der Big... Big Goomba. Wow, 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 wow. Das wäre fast schief gegangen. Ist hier... Ist hier ein Leben drin? Nö. Aber... Wenn ich jetzt springen kann, klinge auch die Münze. Wow. Das darf jetzt nicht umfallen. So. Und hochgeklettert. So. Und da oben ist eine Münze. Nummer drei. Und jetzt wird's lustig, ähm... Ja, jetzt wird's lustig. Äh. So. Da ist nämlich auch eine Münze. Ich hab sie erwischt. Let me in Ruhe. Wie so. Wie hochgeklettert. Und, oh. Hep. Und, mh. Oh, das läuft ja gut. Hep. Und... Oh, wir haben schon wieder viel Leben. Wir haben schon wieder viel Leben. Nur weil wir so gut sind. Lass die Plattform wieder. Ab nach oben. Ist da eigentlich auch ein Leben drauf? Wäre eigentlich gut gemacht, ne? Keine Angst vor dem Feuer. Ich glaub, da müssen wir hoch. Ich weiß es nicht. Ja, ja, ja. Lass du mich mal in Ruhe. Wir haben hier ein paar Leben dazubekommen. Die werden wir eh bald wieder verlieren. So, und jetzt geht's hier nach oben, ne? Mal gucken mal lieber alles nach. Wer weiß, ob da noch irgendwo ein Leben drin ist. Ja, ein Leben. Das Leben nehme ich natürlich gerne an. Oh, wir werden zerquetscht. Und das Ding geht... Ich verstehe eh nicht, was das... Wie das geht. Äh. Ja. Bei Hitze dehnt sich... Warte, war es... Wie war es? Bei Hitze dehnt sich es aus, ne? Ah, die Münze, die Münze, die Münze! Ach, hab ich. Und so. Dann ging es hier hoch. Und dann ging es hier runter. Nein, ging es natürlich nicht. Dann ging es hier hoch. Immer schön in Bewegung bleiben. Damit die Leute denken, ich tue was Sinnvolles. So. Alle Feuermännchen vorbei. Oh, Kugel oder was auch immer. Da ist ne Bombe. Die weiß, wie ich mit Magda viel zu bestraft. Hihihi. Oh, ich bin so böse. Oh, wie viel Münzen. Ups. Ja, das war unüberlegt. Äh. Heiß. Mir ist so heiß. Wo fehlt denn noch ne Münze? Nein. Nein. Heiß. Oh, leck. Komm, keiner hoch. Und hoch mit dir. So. Natürlich. Geh einfach nochmal freiwillig zurück. Da ist noch ne rote Münze. Warum hab ich die grad nicht gesehen? Nein. Ja, ne Frage, wie komm ich jetzt da ran? Ohne wegzubrennen. Ne, das ist der falsche Moment. Ja, definitiv. Nein, den Moment nicht genutzt. Alter. Warum bin ich... Oh, das ist aber der richtige Moment. Und hier stehen bleiben. Und... Oh, wir haben keine Angst. Es ist so warm. Da kommt noch ne Blase. Ja, ja. Hättest du wohl gerne, ne? Hä? Ja, wir rennen mal kackendreis vorbei. Nein. Oh, Feuer. Feuer. Baden, baden. Da oben. Alter. Alter, wie sollen wir denn... Achso. Ja, okay. Können wir die Kamera drehen? Ja, können wir. Können wir was sehen? Nein. Oh. Ja, das war jetzt gemeint von der Kamera, weil wir nichts sehen konnten. Schreiben wir das eigentlich da hoch? Nö. Nein. Nein. Bevor ich jetzt irgendwas blödes riskiere hier... Ähm, ich brauche Energie. Ich brauche definitiv. Und das riskiere ich auch nicht. So. So, voll Energie wieder. Äh, Frage ist... Nein. Warum willst du nicht? Geh doch. So. Äh, die Frage ist, wie komme ich da hoch? Vielleicht so? Nee. Das helfe ich lieber. Ich habe nämlich eine Idee. Ich habe eine ganz... Nein. Da bleib, Mario. So. Ich habe eine ganz gemeine Idee. Nee, so schaffe ich es nicht. Und vor allem sehe ich wieder nichts. Ist manchmal so unfair. Ich sehe manchmal gar nichts mehr. Okay, dann müssen wir es anders machen. Ja, weil ich gerade mal meinen... Wenn wir jetzt in die Labe füllen. Ja, okay. Müssen wir es ganz anders machen. Ähm. Einmal hoch. Whoa, whoa, whoa. Das war nicht mal knapp, war das. So. Und jetzt müssen wir es selbst nicht machen. Ja, das habe ich mir schon geacht... Äh, gedacht. Gedacht. Geacht. Ich habe mir das schon geacht. Hm. Und weil ich das auch wusste... habe ich hier ein Safe-Set eingesetzt. Weil der springt ja immer rüber. Oder springt erst gar nicht dagegen. Na, geht doch. So. Weil das sonst viel zu lange dauert einfach. So. Leben. Eine schöne Gegend hier. Da hinten ist das Ende. Stern gesammelt. So, das Safe-Set war zurecht gesetzt. Ihr wisst es. Hm. Oh-wee. Ja. Ich bin auf Rand der Welt. Das Leben verliere ich gerne. Ich habe keinen Bock, den Bowser zu kämpfen. Muss ja auch nicht sein. Hm. Mama Mia. Ja, Mama Mia. Was kann ich dafür, dass du, äh... Du Hure, äh... So. Damit haben wir den Keller jetzt auch komplett abgeschlossen. Es fehlen uns nur noch zwei geheime Sterne dieses Schlosses. Hm. Hm. Wir nehmen seit... Knappen zehn Minuten schon auf und haben erst einen Stern geschafft. Viel zu wenig. Viel zu wenig. Wir müssen noch einen Stern schaffen. Hm. Ich habe auch eine Vermutung, welche wir jetzt machen. Moment, na, ich will jetzt play. Ja, was für eine Vermutung. Ich kann noch einen Stern, welchen ich nehme. Weißt du was? Ich versuche die nochmal. Einmal so. Wah, ich habe so einen ekligen Geschmack von M&Ms im Mund. Hä? So. Okay, wir wollen diesen Stern auch sammeln. Dann haben wir wieder zwei weitere Sterne gesammelt. Ich meine, eine ist auch gut. Ja, dann würde jeden Partner nur noch einen Stern, dann hätten wir noch 17 Sterne von uns. So. Dann wollen wir mal ein bisschen hier abkürzen. Hä? So. Und wir müssen, glaube ich, aufs Schiff. Glaube ich auf jeden Fall. Und da ist der Lucky 2 wieder. Der, der mich nicht in Ruhe lässt. Doch, lässt er. Wow. Der wollte sich ducken. Okay, ich habe ducken gedrückt, aber... Der wollte sich ducken. Boah, da hinten ist auch ein Stern. Aber den habe ich schon. Welcher Stern ist denn das da hinten? Achso, das ist der Paragomidenstern. Die Pyramiden ist nun ja nicht gezeichnet da. Da hinten. Äh, ja. Ich glaube, wir müssen einen Stern sammeln, der es leicht in sich hat. Aber dazu später. Hm. Boah, ich bin so allein. Forever alone. Ist auch nicht so schlimm. Was war eigentlich da? Nein. Gut so. Oh, der Lucky 2 nervt schon wieder. So, diesmal da hin. Wo Dave eigentlich letztens erst hin wollte. Hui. Ach, da... Äh, ja. Was war das denn jetzt gerade? Da ist ein Leben drauf. Nein. Wow, da kommen wir nicht mehr durch. Da kommen wir nicht mehr durch. Haha, das war jetzt aber mehr als knapp. Nein. Mein Teppich. Oh Gott. Noch knapper geht es ja gar nicht. Oh, nervt das immer noch. save ich lieber mal hier. Alter. Bleib drauf. Du dumme Fotze. Mario. Mario. Nix da. So. So. Jetzt. Oh, ich wollte gerade sagen, jetzt aber. Ich glaube, hier ist Wind, ne? Ja. Schaffen wir das aber? Oh, das schaffen wir ja. Schlechter Wind, ey. Ja, das war das Leben. Das riskiere ich aber jetzt nicht. Ähm, ja. Kreise auf den Regenbogen. War es diese richtige? Ich weiß es nicht. Aber wir müssen Lunger Münzen auch noch sammeln, ne? Schau dir den Regenbogen an. Welchen Regenbogen um Himmels Willen? Ich glaube, er meint da oben den. Und da müssen wir rauf. What the fuck? Wie denn? Okay, jetzt wird es erstmal Zeit, Münzen zu sammeln. So, das machen wir erst hier. Wenn hier überhaupt Münzen sind. Ja, sind sie es. Ja, der Shy Guy geht voll ab. Ist doch zu blöd, uns anzuhören. Wo ist der hin? Oh, der ist hier. Ja, du bist so ein blöder Shy Guy, ey. Wo bist du? Ach, lass mich in Ruhe, Mann. Alter. Wenn du eh nur für ein Blödsinn da bist. Kannst du dich auch direkt verpissen. Ja, da sind Münzen. Die wollte ich auch haben, alle. Alle. So, und jetzt noch die untere. Und alles hier Münzen mache ich ein Save. So. Und warum? Weil ich es kann. Meine Münzi! Meine Münzi! Nein. Ja, Mario will nicht gehen. Hat er sich gerade mal über... Oh, kabumm. Ich hoffe, die respawnen wieder. Ich hoffe, hier gibt es mehr als nur 100 Münzen. Ich mache es anders. Ich sammle erst mal die roten und blauen Münzen. Und das mache ich aus dem Außenweg herum. So, einmal die Münzen einsammeln. Oh, nein. Mein Teppich, mein Teppich, mein Teppich, mein Teppich. Oh, Gott. Nein. Oh, Gott. So. Ich hasse es, wenn er an der Kante steht und da nichts runterfallen. Oder nicht. Oder nicht. Oder nicht. Da stelle ich mir die Frage. Ja. Eins von beiden, ne? So. Lucky 2 gekillt. Gibt mich noch mehr Münzen. Und... Oh, Gott. Ist das schön. Warum renne ich eigentlich in die Richtung? Ja, die eine Münze ist unten. Da hilft auch keine Rettung mehr. Nein. So. Wui. Wui. Gell. So. Dann einmal dahin. Einmal darüber. Und... Ah. So. Nein. Nein. Oh, wo bin ich? Oh, hier ist ja noch Plattform. So. Münze. Äh. Münze. Na eben nicht. Und ich weiß jetzt nicht, wo die auftauchen. Ich will das Level auch nicht so oft spielen. Ich mag es nicht. Och, Gott. Nein. Ich brauch diese Münzen. Oh, ja. Das war eine Befriedigung, ey. Das war eine Befriedigung. Und ich brauchte diese Münzen bestimmt. Und deswegen save ich die Münzen auch. Da ist noch eine Münze. Nehmen wir auch gerne an. Ja, da kommen wir erstmal... Ja. Die Bombe lebt wieder. Die Münze aber nicht mehr. Schafft man das eigentlich? Oh, das ist aber knapp. Oh, das schafft man aber. Wow, wow, viel zu weit. Die Musik, ich mag sie eigentlich nicht. Doch singe, doch singe ich. Oh, Gott. Ich hasse dieses Level. Leute. Ich mag es nicht. Ich bin bestimmt der einzige Let's Player, der bei Super Mario 4 in 60 Safesets einsetzt. Und ich schäme mich dafür nicht. Nein, ich schäme mich ernsthaft nicht dafür. Nein, hoch. So. 5, 6. Da ist nun mal 7. Und da ist nun mal 8. So. Da hätten wir diese Münzen... Also diese 75 ersten Münzen schon hinter uns. Äh. Und dass ich gestaffed habe, ist nicht so schlimm. Die Bombe verfolgt uns. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Ja, eine Münze gibt es auch nicht wieder, ne? Irgendwie neid ich dazu, jetzt zu safen. Und ich habe es gemacht. Ja. Och Gott, wie komme ich denn hier wieder weg? So. Ja, so. Oh, wo gibt es denn hier noch Mün... Ich weiß wo. Ich weiß wo es noch... Och, mir wird schlecken. Wah. Oh, das war knapp. Alter, war das knapp. Nein. Och Gott.